So, ich begrüße Sie ganz herzlich auf Ihrer Fahrt mit dem Ursheimer von Garnigerode Hauptbahnhof hinauf zum Brocken. Wir verlassen jetzt den Hauptbahnhof Garnigerode, der also auch der Hauptbahnhof für die Regenspurbade, für die Deutsche Bahn und für den Hex. Und auch unser Bahnhof befindet sich auf diesem Rang. Sie haben sich sicher, bevor sie eingestiegen sind, schon einmal ein wenig umgeschaut und gesehen, dass hier quasi die Verladung der Lokomotiven mit Kohle und Wasser erfolgt. Und dass vor der Halle zwei Lokomotiven stehen, die quasi unter Dampf stehen, wo sich aber kein Lott hier oder Hälfte befindet. Diese Lokomotiven stehen in Vorhalte. Und jetzt kann ich es wieder erwarten, dass einmal für eine Haare rücken, die derzeit eine Lokomotivere einsatzbereit ist. Und dann sehen Sie ja ein gesamtes Bauwerk. Vor allem in den Waren wurden hier auch viele angezeigt. Hier haben wir die Fahrt und Poppea am Doktor Garniger. Und dann sehen Sie ja auch, dass sie gut finden.